In diesem Minecraft Tutorial werde ich dir erklären, wie du eine Minecraft Map für die Version 1.17 installieren kannst. Um eine Minecraft Map aus dem Internet herunterzuladen, gibst du einfach auf Google oder irgendeiner anderen Suchmaschine Minecraft Maps ein, so wie ich hier. Und da gibt es hier die Seite Minecraft Maps. Und da kannst du einfach einmal draufklicken. Und hier auf dieser Minecraft Map Seite gibt es ganz ganz viele Minecraft Maps. Es gibt hier oben auch Kategorien und ich werde einfach mal schauen, was hier so als letztes hinzugefügt wurde. So, und ich klicke dort auf Adventure Islands und dann gibt es hier diese Adventure Islands Map. Das sind so unterschiedliche Islands und die werde ich mir herunterladen. Ich klicke dann hier auf Download Minecraft Map. Und sobald die Map heruntergeladen ist, klickst du dann auf diesen kleinen Pfeil und dann auf Inordner anzeigen. Falls du kein Chrome installiert hast, kannst du in meinem Tutorial um rechts schauen. Dann wird der Downloads Ordner erscheinen. Du kannst den Browser dann wieder schließen. Jetzt klickst du einfach auf diese Datei hier ein, rechtsklicken und dann auf Ausschneiden. Und um die Minecraft Map für die Version 1.17 nun zu installieren, startest du deinen Minecraft Launcher und startest danach Minecraft mit der Version 1.17. Jetzt klickst du auf Optionen und dann auf Resource Packs und dann klickst du auf Open Pack Folder. Und das Ganze mache ich, um zu dem Punkt Minecraft Ordner zu kommen. Du klickst dann hier auf den Punkt Minecraft Ordner und hier gibt es dann den Save-It Ordner. Der heißt Save-It. Da klickst du einfach mal drauf und dann klickst du einen Rechtsklick und dann auf Einfügen. Und jetzt siehst du hier die Adventure-Islands.zip Datei. Jetzt siehst du einen Rechtsklick und dann klickst du auf Alle extrahieren und dann auch auf Extrahieren. Es erscheint hier so ein Ordner. Diesen kannst du wieder schließen und dann kannst du dir die ZIP-Datei hier einmal herauslöschen und dann kriegst du diese Adventure-Islands-Map einmal an und dann siehst du hier einen weiteren Ordner mit Adventure-Islands. Und in diesem befinden sich die Map-Dateien. Das heißt, du kopierst diesen auch heraus und klickst dann auf Ausschneiden. Klickst dann wieder auf den Save-It Ordner und klickst dann hier einmal auf Einfügen. So, und jetzt kannst du den originalen Ordner wieder löschen und hast dann hier diesen Ordner mit all diesen Map-Dateien. Und jetzt kannst du wieder diesen Ordner schließen und dann gehst du zu Minecraft zurück, klickst auf Done, klickst auf Done, klickst auf Single Bear und siehst hier die Adventure-Islands-Mod in meinem Fall. Vielleicht hast du eine andere Mod. So kannst du auf jeden Fall eine Minecraft-Map für die Version 1.17 installieren. Das ganze Funktion natürlich auch für jede andere Minecraft-Map. Ciao! Ciao!